In diesem Video analysiere und interpretiere ich das Gedicht Ach, Liebste, lass uns eilen von Martin Opitz, ein Gedicht aus der Barockzeit. Los geht's! Bei jeder Interpretation beginnt man erst einmal mit einem Gesamtüberblick und arbeitet sich dann zu den Details vor. Der Gesamtüberblick ergibt sich hier durch eine formale Betrachtung. So, was haben wir hier vor uns? Wir haben sechs Strophen. Ach, Liebste, lass uns eilen. Und jede Strophe hat vier Verse. Dann sehen wir das Reimschema. Eilen reimt sich auf Weilen, Zeit auf Seit, Gaben, Haben, Fuß und Muss. Insofern kann man sagen, es handelt sich um einen ganz einfachen Kreuzreim. Also sechs Strophen, vier Versen mit einem Kreuzreim. Ich werde das Gedicht jetzt nicht komplett durchlesen, aber ich möchte auf folgende Sache aufmerksam machen. In der vorletzten Strophe haben wir auf einmal ein Wort Genießen und Müssen. Das reimt sich so ein bisschen, aber eher auch nicht. Deswegen kann man hier feststellen, an dieser Stelle gibt es einen unreinen Reim. Alle anderen Reime sind rein. An dieser Stelle ist der Reim unrein. Was das bedeutet, das wird sich im Verlauf des Videos und der weiteren Interpretation ergeben. So, ein kurzer Blick auf den Rhythmus. Man kann es nicht anders lesen als Ach, Liebste, lass uns eilen. Wir haben Zeit. Im Deutschen werden ja Betonungen gezählt. Und dann kann man hier ganz eindeutig abzählen. Eins, zwei, drei. Der Vers Fuß ist immer unbetont betont. Das ist also ein Jambus. Und da es drei Hebungen sind, spricht man von einem dreihebigen Jambus. Wer möchte, kann auch noch anführen, dass der jeweils zweite Vers, wir haben Zeit, das geht weiter uns beider Seiten, dass der zweite Vers jeweils immer nur zwei Hebungen hat. Und ansonsten reicht auch dieser Hinweis. So, dann gibt es eine sprachliche Sache, auf die man achten sollte. Wir sehen hier eilen, das ist eine unbetonte Silbe am Ende. Zeit, eine betonte. Weilen ist wieder eine unbetonte. Zeit ist eine betonte. Da spricht man jetzt ein bisschen hochtrabend, finde ich immer, von Kadenzen. Und zwar die betonte, die betonte Endung, wie wir sie haben bei Zeit. Wie wir sie haben bei Zeit, das ist das Männliche. Und wenn es eine unbetonte Silbe am Ende gibt, ist es das Weibliche. Und da gibt es noch eine schöne sprachliche Sache. Statt Abwechseln, Männliche und Weibliche Kadenzen wechseln sich ab. Könnte man ja sagen, spricht man hier von alternieren, das hört sich ein bisschen schöner an. Weibliche und männliche Kadenzen alternieren, meint einfach diese Bagatell-Sache, dass es mal unbetont, mal betont am Ende ist. So, jetzt zu den Strophen im Detail. Ach Liebste, lass uns eilen, wir haben Zeit. Es schadet das Verweilen uns beider seid. Erst einmal ist zu bemerken, es gibt eine Ansprache. Ach Liebste, er spricht eine Liebste an. Das ist eine Anrede, kann man ganz einfach sagen. Bei dem Ach kann man sagen, das ist auch eine etwas feierliche Anrede. Oder es ist ein Seufzer. Ich habe jetzt mal apostrophä geschrieben, wer aber sagt, es ist lieber eine Interjektion, der soll das schreiben. Ach Liebste, lass uns eilen. Da haben wir auf jeden Fall hier L. Liebste, lass und vielleicht auch noch das L hier darin. Das passt zumindest klanglich, das wäre eine Alliteration. Hier versucht er schon mal gleich einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Eilen und der Liebsten. Das Ganze hat einen Aufforderungscharakter. Insgesamt hat diese erste Strophe aber den Charakter einer These. Denn er sagt ja, das Verweilen, das heißt, wenn wir uns jetzt zu viel Zeit lassen, das schadet uns. Das ist eine These, die er in den Raum stellt. Diesen zweiten Vers, wir haben Zeit, den habe ich Zeit meines Lebens nie verstanden, bis ich es mal nachgelesen habe. Und zwar in der barocken Zeit bedeutet es, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es geht darum, jetzt zu handeln. Ach Liebste, lass uns eilen. Ansonsten ergibt dieser Satz ja gar keinen Sinn. Wir haben Zeit. Man muss es so lesen. Ach Liebste, lass uns eilen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt würde uns das Verweilen schaden. Und zwar gegenseitig. Das ist die These. Auf die These, dass das Verweilen schadet, folgt jetzt das Argument. Der edlen Schönheit gaben, fliehen Fuß für Fuß, dass alles, was wir haben, verschwinden muss. Jetzt kommt also eine Begründung. Das ist das Argument. Wenn wir uns die sprachliche Gestaltung anschauen, fällt vor allen Dingen der zweite Vers auf. Natürlich fliehen Fuß für Fuß, das ist natürlich nochmals eine Alliteration. Viel interessanter finde ich allerdings das Versmaß an dieser Stelle. Denn wir haben natürlich immer noch den Jambus der edlen Schönheit gaben. Und jetzt ist die Schwierigkeit, wie liest man das fliehen? Das Versmaß gibt ja vor, fliehen Fuß für Fuß. Aber schöner ist es natürlich, wenn das Fliehen betont gelesen wird. Und dafür gibt es den Ausdruck der schwebenden Betonung. Die Frage ist immer nur, war das jetzt ein metrischer Fehler, der ihm unterlaufen ist? Oder möchte er etwas damit aussagen? Und hier ist es, glaube ich, sehr schön. Es geht ja um Fliehen, um Zeitgewinn. Man möchte nicht abwarten können, bis man reif ist im Alter und dann sich der Liebe hingibt. Sondern man möchte es jetzt, solange man noch schön ist, möchte man sich gegenseitig erfreuen. Der edlen Schönheit gaben fliehen Fuß für Fuß. Deswegen, der Vers kann es einfach nicht abwarten, bis da die unbetonte Silbe kommt und verschluckt die quasi. So, aus jeder Erörterung wissen wir, wie der Aufbau einer Argumentation ist. Es gibt eine These, dann kommt das Argument und dann kommen Beispiele. Und genau das passiert hier auch. Er zählt einfach erstmal alles auf, was es an dieser Frau Schönes gibt. Einen kompletten Schönheitskatalog entwirft er hier. Allerdings natürlich mit der Variante, dass er alles umkehrt. Also die Wangen, das Haar, die Augen, die Brunst, das ist jetzt eher so das körperliche Verlangen, der Mund, die Hände. Und all diese Beispiele sind natürlich rein formal gesehen Metaphern. Sie sind auch alle parallel aufgezählt. Aufgezählt habe ich jetzt gerade schon vergessen. Und worauf er aber inhaltlich hinaus möchte, ist, dass die Schönheit vergänglich ist. Denn das ist eigentlich hier der Clou an der Geschichte. Man könnte ja meinen, da trifft einer eine junge Frau und beschreibt erst einmal, wie schön sie ist. Und die könnte ja sich geschmeichert fühlen. Dann könnte er ja sagen, deine Wangen sind schön. Aber er sagt ja grundsätzlich, der Wangenzieher verbleichet. Das Haar wird greis. Das Feuer weichet. Die Liebeslust wird irgendwann Eis. Mündlein von Korallen. Korallen, das ist ein Ausdruck für die Farbe Rot. Also Korallen sind rot, hat man gesehen. Und deswegen ist das hier so ein metaphorischer Ausdruck für den roten Mund. Und letztlich mündet das Ganze in dem nicht so ganz schmeichelhaften Ausspruch. Und du wirst alt. Auch hier ist nochmal die Anrede überhaupt an die Frau. Du wirst alt. Noch ein Wort zu diesem Schönheitskatalog, der hier in der Vergänglichkeit dargestellt wird. Das, was hier dargestellt wird, sind so ganz übliche Bilder. Wangenzieher, Äuglein, Feuer, Mündlein von Korallen. Das alles sind Metaphern, die man aus vielen anderen Gedichten ganz genauso kennt. Das hat also nichts besonders Individuelles. So, wozu das alles? Er hat eine These aufgestellt, dann ein Argument genannt und das mit Beispielen belegt. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Und weil das so ist, weil die ganze Schönheit sehr, sehr vergänglich ist, deswegen lass uns doch jetzt. Jetzt genießen der Jugendfrucht, ehe denn wir folgen müssen der Jahre Flucht. Also ehe wir alt werden, sollen wir uns gegenseitig doch in körperlicher Nähe jetzt genießen. Und dann kommt noch eine Strophe am Schluss, die eher vielleicht Reflexionscharakter hat. Wo du dich selber liebest, so liebe mich. Gib mir das, wann du gibst, verliere auch ich. Ich würde vorschlagen, man sagt beim Schluss, dass es sich um eine paradoxe Wendung handelt. Wenn du gibst, verliere auch ich. Was das bedeuten mag, das kann jeder für sich herausfinden, kann jeder eine Interpretation finden, aber paradox ist die Wendung. Wo du dich selber liebest, so liebe mich. Dabei ist folgendes zu bemerken. Dich liebst, liebe mich. Das ist so eine typische Wendung, wie man sie im Schiasmus sieht. Oder das ist eine schiastische Wendung. Wer diese Stilmittel nicht so genau kennt, dem empfehle ich natürlich mein Video über die rhetorischen Stilmittel. Dann haben wir die Metaphern bei Jugendfrucht und Jahreflucht und die sind auch so parallel gesetzt, dass man hier von einem Parallelismus sprechen kann. Insgesamt ist das Gedicht also eigentlich wie eine Rede aufgebaut, stringent, logisch, argumentativ, überredend, eigentlich eine typische Club-Situation oder Disco. Man trifft sich und sagt, komm, lass uns doch jetzt nach Hause gehen. So, dann hatte ich noch ganz am Anfang gesagt, hier der unreine Reim genießen und müssen. Vielleicht kann man ja sagen, unreine Gedanken, dass wir jetzt der Jugendfrucht genießen. Unreine Gedanken haben einen unreinen Reim. Möge jeder prüfen, ob er mit dieser Interpretation leben kann. Ob das ein Erzählerkommentar ist, ein Kommentar des lyrischen Ichs oder von Herrn Opitz selbst, das möchte ich hier nicht darlegen. Das Gedicht ist in der Barockzeit entstanden. Die zentrale Erfahrung der Barockzeit war der 30-jährige Krieg. Dazu gibt es in fast allen Büchern immer diesen schönen Galgenbaum, was heißt schön, diesen Galgenbaum, der sehr eindrücklich zeigt, wie grausam dieser Krieg geführt wurde. Und dass es eine ganz dramatische Erfahrung war für die Leute, die den Krieg miterlebt haben. Das als Hintergrund für Deutsch konkret ist wichtig, dass man weiß, es gibt drei Leitmotive, drei Leitideen. Das sind der Gedanke der Vanitas, des Memento Mori und des Carpe Diem. Vanitas meint, es ist alles vergänglich. Wir sind eigentlich hier nur ganz kurz auf dieser Welt. Das wirkliche Leben ist das Leben nach dem Tod, bei Gott. Und wir sind hier vergänglich eben. Es ist nur ganz kurz, dass wir da sind und wir müssen uns bewähren. Memento Mori heißt, bedenke, dass du sterben wirst. Man merkt schon, die beiden Motive hängen eng miteinander zusammen. Und Carpe Diem, nutze den Tag, genieße den Tag. Und wenn man das Gedicht hier sich anschaut, ach Liebste, lass uns eilen. Die wollen natürlich ins Bett. Natürlich wollen die den Tag genießen, vielleicht auch eher die Nacht. Aber das Ganze hatten wir auch gesehen vor dem Hintergrund, dass die Menschen nur ganz kurz ihre Schönheit haben, vor allem die Frauen. Und dass das alles vergänglich ist. Und das Vergängliche deutet eben darauf hin, dass wir alle sterblich sind. Das heißt, es ist natürlich ein Gedicht, das erst einmal vordergründig sagt, ja, nutze den Tag. Aber vor dem Hintergrund, dass wir alle sterblich sind.